Interessanterweise werden die Welpen, wenn sie schon ein paar Wochen leben, vielleicht so mit sechs, acht, neun Wochen von der Fee umgesetzt. Das bedeutet, die Welpen werden weggetragen von der Fee rüber zum sogenannten Rendezvous-Platz. Der Rendezvous-Platz ist letztendlich ein versteckreiches, rein überirdisches Gebiet, wo die Welpen abgelegt werden, bzw. natürlich können sich die Wölfe dort auch bewegen, ganz klar. Aber es ist dann der Moment, wo eben beide die Fee mit ihrem Rüden gemeinsam wieder auf die Jagd durch das Territorium ziehen können. Immer wieder ist beobachtet worden, dass bei diesen Rendezvous-Plätzen die Jährlinge die Aufgabe haben, auf ihre jüngeren Geschwister, die Welpen, aufzupassen.